yo freunde und ja heute video ist mir was gutes passiert wieder mal ja ich habe euch glaube ich in ein video versprochen ich besorge mir ja eine gbi charge und ja ich es gibt es seit september also heutzutage im heutigen tag die gbl charge 4 zu kaufen und ja die charge 3 zu spaß angekommen war es schnell ich muss mal kurz ja meine schwester ist schauen kommen dass wir unsere tablet verwechselt haben wir haben die gleichen tablet wie kommen diese pimmel hier das hat ein pimmel auf dem tablet zu suchen das ist ja ich habe vom mediamarkt bestellt ist eigentlich aus china aber ich habe das paket bei mediamarkt abgeben lassen ich habe mir der markt persönlich geholt es hat ein paar jahren machen also schaden die schachtel aber das innere ist offenbar nicht beschädigt jetzt kommen wir mal zum inneren die klinge hat mir ein bisschen in den fingern eingeschnitten die sind sehr scharfe kriegen die ist nicht mehr so scharf aber die meisten ja da steht nicht mit scharfen gegenstand wissen was ich mache es nicht mit der klinge mit dem einfach mit den eisen schneide ich mir den fingern zusammen nur das geht sogar mit den eisen schaut was nice und so ohne eisen mit der spitze nee das geht leider nicht ich habe die box ein bisschen darüber gekratzt ja mein gott leute ja die farbe habe ich vergessen zu erwähnen aber jetzt sage ich soll in militär also ja die katzen ja wir machen das weg was das angeklebt leute schaut immer wohl geklebt muss ich wie bettdecke abziehen ja das alles original niemand hat masker abgemacht also noch verklebt hier mit diesen kleinen sieht ihr das ja da zieht ihr diese pika jetzt sieht man sie glaube ich ja das sind zwei solche pika komische dinge ja diese pika sind gerade gerissen da das sind auch noch zwei die seiten das ist von gb.com original und ja normal auf amazon sind sie nur da verklebt was mir jetzt gerade weil ich so mit den fingern getan hat so aufgerissen hat dann die pika weggerissen hat es ist so wie gespannt war die zeige ich sie dir zum beispiel das ist auch so gezielt da sind noch zwei auf diese seite da wo die oberseite sind noch einmal und zweimal und da auch noch einmal mal zwei mal so jetzt hoffentlich geht es auch mal es geht nicht auf da habe ich vergessen so das ist noch das nicht zu übersehen party und der große name ja hier auch wieder nicht zu übersehen charge 3 das licht von meiner kamera ist so schlecht leute naja kommen wir mal zu den teilen hier was ich wollte euch noch was zeigen ihr wisst ihr schon bereits glaube ich mal in meinem ersten video habe ich sie erwähnt ich habe eine fliegt rein ich habe da verpackt ja verwendet eigentlich auch das gleiche bild kein party da ich habe mir mal später jetzt kommen wir mal zu den uns spannenden teilen ja das war was auch noch verklebt hier die bier hat also klebeband nicht gespart netzteile schön eingesteckt hier so jetzt mal cube da der ist nice nice als wenn ich nach england reise muss ich einfach nur diese stecker mitnehmen so nach vorne klebsen so nice style und ja was ist das italienische stecker diese brauche ich nicht umsonst jbl jbl das hast du mir umsonst gegeben das brauche ich nicht den europäischen stecker ich habe einen geilen sache eine geile sache wenn alle steckdosen im haus besetzt sind also voll mit stecker dann nehme doch deine nase ist auch gut ja ja ich glaube man muss es so aufklipsen wie viel output 5 volt ja ganz normal 2,3 ampere leute meine katze meine katze hat gerade miaut what the fuck seitdem ist die bedienungsanleitung verschweißt und die garantie sogar von playmusik eine werbung bekommen kostenlose nutzer drei monate gratis nice das gehe ich mal einscannen diese code drei monate google play gratis das ist gut muss eh viel zahlen ja da steht was ich machen sollen was was bedeutet play pause lautstärke connect button ich kann mein smartphone damit laden was naja connect funktion connect app gbl connect app kann ich mir alle unterladen das habe ich schon weil ich habe eine flip 3 und der flip 4 und ja ah wenn sie das ist bitte nicht laden ok das weiß ich ah schaut das habe ich noch nie bei gbl gesehen das ist nur bei den originalen drinnen man soll bitte nicht in die membranen rein drücken ja das brauche ich auch eigentlich nicht es braucht doch kein mensch nur die garantie äh das ist der kabel so das kann brav ha das ladekabel ist da unten drin gewesen versteckt ist das so versteckt äh äh so logisch finde ich den ladekabel nicht und einfach fällt der raus und der sieht nice oh der fühlt sich krass an leute wow ich liebe das riecht so gut ich weiß es voraus aber weil ich auf youtube videos gesehen habe ja micro sb ganz normal und der geile usb stecker den kann ich reinstecken wie ich das will lol so geht er rein und so geht er rein und so geht er rein nice style ja ich probiere mal aus dass mein tablet auch lädt das funktioniert jetzt kommen wir zum coolsten teil des ja bereichs wieso sie das verpacken ja das ist keine kralle und sowas auch noch mal verklebt man oh die gbl ist am start ja ja mein handy liegt neben mann ist ihm nicht gerade eine nachricht bekommen ja äh ich filme eigentlich mit meinem telefon ja lass die katze nur rein lena ja meine schwester du magst ja ganz gerne kartone meine katze macht gerne kartone sie sitzt ja sie sitzt da drin hallo ganze kamera bitte ja die charge tree ich habe mir sie gegönnt das ganze bild mann so ja bitte mach sie zu zu es hört sich laute musik ja schöne membranen oh schaut warte kurz ja meine schwester will unbedingt ja ihr tablet war meins habe ich ihr geliehen und meins ist leer jetzt will sie unbedingt ihr aber ich brauche es zu meinen lautsprecher zu testen ja schalte ich es an so drei punkte bin ich vielleicht viel zu leer oder so ja die drei punkte reichen auch das finde ich praktisch sie haben so kleine dällen reingemacht wenn man das so hinstellt dass der bass raus kommt also das klingt halt schlechter aber kann man mal so ich kenne mich schon aus bei diesen bluetooth geräten weil ich habe meine besessen und ist sie kaputt geworden eine charge 2 habe ich gehabt meine warte fisch da hängt die klinge ah meine hülle ist magnetisch lol ja du mal wolken essen rein hat es gar nicht ist pering verbunden ha ich bin voll schnell gegangen boah wir leben von luft und von liebe tag ein und tag ein Die haben Bass ey boah die klingt ja fast wie die extreme Leute Gewöhnlich, Play, Pause, Lautstärke, Plus, Connect, ein, Aus, Minus und Bluetooth. Wenn man die beiden zu lange hält, dann kann man ein Extrem-Bass, jetzt lässt sich das auch mal, so ein Extrem-Bass-Modus reintun. Der war schon eingeschalten, der Bass-Trick. Muss ich den wieder reintun? Ne, er wird schnell leer. Neun. Ich hab ein brutales Licht am Start. Muss man lang drücken. Äh, ich schlaf noch ein, jetzt. Ja, Leute. Ich glaube, das war's zum heutigen Video. Bitte liked mich, abonniert mich. Wenn ihr mehr sehen wollt, schreibt mir in die Kommentare, was ich machen soll. Tschüss, bis zum nächsten Video. Ich hab euch lieb. Ich hab euch lieb.